ARD Text im Auftrag von Funk 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 Was? Ich hab 10.000 mal auf den geschossen. Kein Gott, Schottgang. Scheiße, ich bin einfach nicht lange noch gar nicht rein. Okay, okay, besser, Schottgang. Ups, hab die Drängel. Hab die Drängel. Hab ich schon abgeh, Alter. Nein, du hast mich gekillt. Ich weiß noch, dass ich gekillt habe. Alter. Ich bin mal noch bei der M16. Ich hab ne M9. Ich schau jetzt auf Scherp. Scheiße, ich bin einfach nicht. Oh, Scherp Maschinengewehr. Hey, jetzt hab ich so die geile Waffe. Ich hab so die geile Waffe. Ich hab so die geile Waffe. Kills 3. Aber hier kann man so viele Kills sammeln. Auch AA12. Okay, Leute, wir nehmen auf, ja? Ich weiß. Ja. Alter. Ich hab so die geile Waffe. Ich hab so die geile Waffe. Ey, jetzt hab ich ne... Ich hab so die geile Waffe. Ich hab so die geile Waffe. Ja, Mann. Ich hab so die Excusion hergelegt. Excuseion. Die haben scheiß 2. Ich hab so die goldene Waffe. Alter. Ich hab so die goldene Waffe. Alter, wieso... Schein. Immer ist er. Ich hab so die geile Waffe. Ey, das hatte ich schon mal. Das ist so cool. Alter. Ey, wie viel Kills habt ihr? Sag, wenn du ein Raketenwerfer hast, dann hast du fast gewartet. Fuck. Ich hab so die geile Waffe. Hacker, da hast du mich verloren. Nein, da kann man fliegen. Nein, da kann man fliegen. Alter. Das hat 25 Kills, Mann. Das hat voll gebracht. Das ist der Film. Ich hab 6 Kills. Das ist mein Rekord. 23 Kills, Alter. Eben. Meine war vorhin 67 Ressour. Damm-Game-Rekord. Eblich geil, Alter. Ich hab's auch 5. Ich hab's gemacht. Ich kann mir immer noch nicht meine M9 kaufen. Ich kann zu mir treib. Ich kann mir so, warte kurz. Ähm, ich kann zu mir... 12 Mal holen. 1 2 Nein, da ist Clyde! aber noch können wir machen, aber erst essen wir Glas-Sandy Ja, okay Was schau mal ohne! Hey, was machen wir für... TDM? Mindest Match Ja, ja So, das geht Ich mag meine Waffen grad voll wohl schafft Ich finde, ich komme mit der gut zurecht Die ist auch geil, die jetzt recht sein Spielst du auch manchmal mit der, Ueli? Nö Tja, das ist egal Ich spiele mit einer BH Aber Ja, also manchmal hört ihr so ein typisch sprechen, ja Oh, das ist vom Surfer so In Englander... Ja So Die verrückten Engländer halt. Ich hab neun Kills. Ich hab vier Kills. Und 40 Credits. Alter, ich brauch nur noch zehn Kills. Dann hab ich meine M9. Ja, dann haben wir hier. Nicht mehr die doofe Pistole. Dann hab ich meine M9. Dann hab ich meine coole M9. Schaltet mal ne neue Waffe mit Level 5 frei? Ey, Nils, gegen den du grad gekämpft hast, er hat mich totgeschossen. Ja, ich war hinter dir. Ja, ich war hinter dir. Jo, ich vergesse euch. Alter Mann, ich hab nur 15 Kills. Das ist so schlecht. Hallo, ich hab nur vier, sag uns. Was? Für mich ist das ganz gut eigentlich. Für dich nicht. Aber, Nils, ich glaub, die Videos lecken dann immer nur so, weil wir es auf 1080p hochladen. Das ist so. Ja. Nein. Egal. Ich hab auch 18 Kills, ey. Schlecht. Ey, Leute, ich hab die hunderter Deaths gepackt, ja. Also ich bin... Ja, ich hab schon, ich hab nie tausend Tode gefolgt. Ich hab tausend Tode gefolgt. Und die fast tausend Kills. Ich hab 1600 Tode und 1400 Tode. Ich hab bald die 10.000 Kills geschafft. Kills 7.922. Mach mal deinen Opfer. Ja. Hi. 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 Also, wir haben wieder ein Let's Play auf MCC War gemacht. Und ich... Oder machen es gerade? Das ist gerade Village. Äh, Team Deathmatch. Ja. Und, ja. Ich hab ein Flammenwerfer genommen und Jonas hat eine neue Waffe gekriegt. Ja. Mir schreckt sich gut, dass du mir was zu meinen Waffen aber... Ich rock jetzt mal da vorne ein bisschen die Bühne mit meinem Flammenwerfer. Weil der schießt auf einmal längst sonst. Ja, genau. Es könnte etwas zum Flammen kommen, weil euch... Also... Bei den anderen... Ein kleiner Zwischendurchsage. Unsere neue Waffe hat zwei Kills gemacht. Oh, meine Erfahrung hat ihn mal gemacht. Ja, aber du hast die auch schon länger. Und ein Fünferkillstieg und schon habe ich in der Neumann jetzt. So und für meine Flammenwerfer. Ey, wie du schießt, schießt, schießt. Ach, scheiß. Schade, ich bin tot. Ja, schau. Wir wurden gegen Kills. Schade. Ich hab acht. Wenn du Flammenwerfer kriegst du halt oft später Kills, weil die dann halt am Ende noch kein Meilen müssen. Das kennen wir bestimmt. Ja. Sie können nicht wissen, dass wir hier sind. Erasen alle Hostels. Ja. Aber ey, Willi, den machst du so ganz viele Schaden. Dann machst du so... Ja. Das sind übelste Killschäfte. Ja, meistens. Aber es ist halt so, weil du kannst damit auch die gegnerischen Schütze praktisch abwehren. Wenn die gegen dich schießen, kriegst du doch keinen Schaden. Aber dann kriegen die halt auch keinen Schaden. Weißens fängen die dann noch an zu brennen, weil ich dann so viele schieße, dass man das halt gar nicht mehr abwehren kann. Das ist halt dann nachher nicht so komisch. Ich bin mal den gleichen Typenkill. Der ist mit dem Camp überall, ne? Und dann wenn mein irgendwie... Ich hab keine Körbe, dann schieß ich meistens noch mit meiner Execution. Darf ich mal grad was fragen? Ja. Wie viel kostet denn dieses Maschinengewehr? Und der Max... Ja, entweder 75 oder 50. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, 75. Äh... Ja, 75. Ja, okay. Ich hab jetzt schon wieder 8 Credits. Weil ich eben 7 Fils gehabt hab. Ey, das ist ein Rekord. Und mit Willi, äh... 3.000 neuen Credits. Damit kommt der auch zurecht. Ja. Weil ich gerade... im Prinzip hört den Ton von meinem Headset aus. Nils nimmst du auch auf? Ja. Ja. Get it done. Okay. Alter, man. Ich bin grad grad doch gut. Ich hab 8 Kills. Jo. Die Runde ist vorbei. Schade. Ich hab 11 Kills. Ich hab 8 Kills. Ich hab 8 Kills. Ey, schon lau? Mit dem Flangwerfer macht's immer mal wieder Spaß. Nimm mal... Nimm mal Maschinen. 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 Alter, der Existenz nicht mehr. Da brauchst du auch keine Mini-Werner Existenz noch zu nehmen. Man braucht ja mal ne Waffe hier auf das Haus. Find aber jetzt irgendwie den Server cooler mit Texteffekt. Ja, sonst hast du ja nur ne billige Stein-Axt in der Hand. Ja, deswegen fand ich den Server her ruf. Hä? Oh, klar. Auch meistens tut du zwei Weile noch auf, sondern die Waffen. Nee. Bei mir nicht. Dann hast du den Domner... Dann hast du den Server... Dann hast du Server-Tex-Zone rausgestellt. Oh, ja. Aber jetzt ist er noch cooler, weil er auch noch einer sagt, oder war das vorher auch schon? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich fühl's grad wie Mini-Werner. Ey, sind wir? Welche Themen sind wir? Genau. Alter, Mann! Was denn für einen Stauß hat? Ja. Was? Die Lappen da, ey. Die haben einen Schlecht gemacht, als ich. Die schießen so gut. Alter, die M9 geht voll ab, die Pistole. Die sind grad so im Film. Und der Team ist grade sehr schlecht. Haha. Das kann man nicht mehr sehen. Das kann man nicht mehr sehen. Das ist nicht zu gehen. WTFG! Das kann man nicht mehr sehen! Ich bin nicht mehr so gut. Das kann man nicht mehr sehen. Ich bin nicht mehr so gut. Oh, nein. Das ist die M9! Das ist die M9! Oh, das ist die M9! Ah! Das sind die Mongos! Die Jäuner geht an der Süssich Und die Jäuner hat mein Gut mit dir Auf mich focussen Auf mich geht an der Süssich Auf mich geht an der Süssich